Was ist die Prostata? Die Prostata ist eine Drüse, die unterhalb der Blase um die Harnröhre geht. Die Prostata wächst bei uns Männern. Zwischen dem 30. und 40. Linie geht es los. Da können wir auch gar nichts dran ändern. Und wenn die Prostata wächst, kann sie die Harnröhre zudrücken. Und dann ist der Effekt so, als wenn sie den Fuß auf den Gartenschlauch stellen. Und das macht dann Probleme beim Wasser lassen. Die Prostata. Die Prostata. Die Prostata. Die Prostata.